Pandafun bedeutet Spaß für alle. Pandafun ist ein tolles Spiel für Kinder im Vorschulalter. Die Kinder müssen die Blumen und Blätter schnell einsammeln, bevor die Musik stoppt. Die Blumen kitzeln den Panda so sehr in der Nase, dass er niesen muss. Die Blumen und Blätter werden davon aus dem Korb geweht. Alle Spieler versuchen die Blätter und Blumen wieder in den Korb zu legen, bevor die Zeit abläuft. Es gibt zwei Spielmodi. Erstens der kooperative Modus. Alle Spieler versuchen gemeinsam, die Blätter und Blumen in den Korb zu legen, bevor die Musik aus ist. Sobald die Musik endet, bleibt der Panda stehen. Wenn nun alle Blumen und Blätter im Korb sind, haben die Spieler gewonnen. Nun zum zweiten Spielmodus. Jeder Spieler wählt eine Farbe und legt seine Blätter und Blumen in den Korb. Es gibt keine einzelnen Spielzüge. Alle Spieler spielen gleichzeitig. Wenn der Panda niest, versuchen die Spieler so schnell wie möglich, ihre farbigen Blätter und Blumen wieder in den Korb zu legen. Wenn die Musik aufhört, kann der Panda aufhören zu niesen. Endlich! Der Spieler, der die meisten Blüten und Blätter seiner Farbe im Korb liegen hat, gewinnt. Panda Fun ist ein lustiges Kinderspiel ab drei Jahren für die ganze Familie. Trainiert Reaktion und Geschicklichkeit und macht dabei noch eine Menge Spaß. Panda Fun von Negable